Ding 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 Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren leider nicht geeignet Ding 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 Ich weiß nur, dass ich hier weg will Ganz ehrlich, das ist mir alles absolut nicht mehr geheuer Ich meine, ja gut, das war zu Beginn schon so Aber mittlerweile, ja ich sitze hier wirklich mit einem großen WTF auf der Stirn Ich bin ein Fehler, warum hast du mich wählt? Nichts, dass ich dich nicht aufhören werde, was ich muss tun, was ich muss tun Die meisten Tage, es ist genug für eine Herausforderung, um zu schlafen aus dem Bett Ich sehe nichts mehr, ich will nur, um sich zu schlafen Und ich liebe alle anderen, denn sie wissen, wie zu sein, dass ich glücklich bin. Allein, wo ich bin, gibt es Menschen, die Hoffnung und Willen zu leben. Oder Menschen, die so schrecklich sind, die mich verletzten, um zu sein zu sein. Ich will nicht sie. Es gibt niemanden für mich. Ich bin allein. Ich will nur weg. Das ist der sehr Grund, warum ich dich entschieden habe, Susan Ashfurth. Ich weiß, wie du fühlst, weil ich mich selbst so fühlte, für eine sehr lange Zeit. Du und ich sind sehr zusammen. Wenn du es geliebt, wirst du nie wieder gebrochen fühlst. Ich will nicht zurück. Ich wollte doch eigentlich nur... Was macht dir denken, dass ich zurückgekommen will? Ich habe es endlich geschafft. Ich habe mich selbst verletzt. Das ist alles, was ich noch nie wollte. Und trotzdem, es ist einfach nur ein anderer Fehler. Ich will, dass ich diese Gefahr zu stoppen. Liebe, liebe Susan, Sie wissen nicht, dass die Gefahr niemals stoppen? Sie wissen, dass du nicht? Okay. Nein. 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 Ich will. Ich will. Die Zähne. Das ist das, was ich nennen. Sie wissen sich nicht, aber ihre Tränen sind zusammen. Sie werden sich nicht öffnen, auf die Augen zu halten. Sie werden sich immer auf der Strecke. Sie werden sich immer auf der Strecke. Sie werden sich immer auf die Garten zu kommen. Sie werden sich sogar überlegen, dass sie deine Freunde sind. Aber sie werden sie nicht verletzt. Sie haben nichts, aber seine Intentionen. Sie werden sich nicht verletzend. Sie wollen ihr. Sie wollen dich verletzten, Susan. Sie wollen dich töten. Sie wollen dich verletzten, Parasites sind die schrecklichen Schmerzen der Erde. Und sie alle verdienen zu sterben. Meine Leben ist nicht schlecht genug ohne sie? Keine Angst. Sie haben eine große Vorteile über sie. Sie wissen nicht, dass Sie wissen. So, do you understand what it means? You will become my hunter. Serving punishment for their sins. A tool of destruction. A dark angel walking through the river of blood. You find your purpose in life and you see for the first time how satisfying it can be. But, how will I recognize them? So, there isn't a great deal of people in your lonely life, is there Susan? You will know, when you see them. Bring those deceitful bastards in front of me. And we'll make them regret for everything they've done. Are you expecting me to kill them? No Susan, I'm expecting you to fight for survival. To do everything you can to defend yourself. I know you're not a murderer. Quite the opposite actually. You're a good person. And I also know that you don't want to suffer. And those people will want to cause you pain. They won't hesitate. In the end, you might have no choice. Think of it as gardening. If there were weeds among the flowers, you'd pull them out, wouldn't you? You'd get rid of them without thinking twice about it. I'm not really a gardening type. But I see your point. I'm glad. And remember this. You are not the only victim. If you don't stop them, the killing will continue. Innocent people will die. You have the opportunity to make the difference. And the chance to save yourself. I can't do this. It's too much. To deal with criminals is a job for the police. Not someone like me. Indeed. You are weak. That's why I have prepared a special gift for you. Immortality. You cannot die, Susan. You will always return to life no matter what happens to you. What? This is the last thing I wanted. Please, can't you just let me die? I've made the decision. As long as they are alive, you cannot die. It's blackmail. You can't do that. I'm doing it for your own good. Anyway, you are in no position to bargain with me. You will either go and do what you have to do, or suffer for eternity. Forever unable to find your peace. This all must be just a weird dream. I don't believe you. Susan. See this door here. Let's go inside. I want to show you something that would help you make up your mind. Follow me. Tut mir leid, dass ich so wenig spreche, aber ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Yes. It's you, Susan. Come closer. Say hello. I don't want to look at it. Haven't I had enough yet? That body in the ambulance. Then the forest. But this place is... This is exactly what I was trying to run away from. I don't want to be here. Make it go away. I assume it would be wise to give you a little taste of the suffering you'd endure. I want you to understand that you can keep going long after you count. I want you to be here. I'm an amazing argument. But honestly, what kind of spirit can make a kind of story? Oh, Jesus. Crucified. All alone. In one place. That's changed it all. I really don't want to be here. I really don't want to be here. Was macht ein Dächer-Eisen hier? It's stuck in the cross. I suppose I could easily pull it out. Woah, 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 woah. It's time to make a decision. The Parasites are coming, whether you want it or not. You haven't really got much choice. You must stand up for yourself. I take orders from Malduma. I take orders from nobody. I'll do it my way. Don't you understand? There is no other way. Well, I don't know that. Besides, you could be lying to me. How do I know you aren't? I'm no murderer. I don't want to be. I'll find another way without you. What? Look, I appreciate you giving me another chance. Don't get me wrong. I can see now that I've made a mistake. And I'm ready to try to fix my life. But I really don't like what you're saying. If there's one thing I learned in life, it's that people let you down all the time. If I don't rely on myself, I can't rely on anyone else. You fool. You damned arrogant fool. You have no idea what you have just done. But fine. Have it your way. In the end, I will be the one laughing at you. I always am. Yeah. Don't laugh too hard, old woman. You might break something. When we meet again, You will beg me on your knees to give you a second chance. I don't really believe in second chances. So I might have to disappoint you again. Look, this is all just a bad dream. I want to wake up. I'm back in the house. Whoa. Okay, it'll be fine. I don't need her. I'm sure I'll figure out what to do. Strange. The flame seems strong and steady, but there is no smoke. The fuck? They left me no choice, Alice. Maybe one day, you'll forgive me. you'll find me this tweet. Wtf, you'll find me. Arrrggh. 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 Arrrghh... Arrrggh, Gliuhhh... Arrrggh... Yeah, I... Ich glaube vom Kerzenausblasen habe ich erst mal genug... Aber was... Was die... Wie habe ich hier zurückgekommen? Also in dieser Hütte wegzukriegen... Und dann werde ich auch mal Schluss machen hier... Ich glaube ich nehme viel zu lange auf... Aber ist mir gerade völlig egal... So merkwürdig und verstörend das Spiel auch ist... Genauso faszinierend finde ich es auch... Deshalb bin ich jetzt hier schon viel zu lange drin auch... Ich will jetzt unbedingt wissen... Was hier los ist... Wie es weiter geht jetzt hier auch... Zumindest kurz noch... Also ich werde auch dann gleich mal wie gesagt die Aufnahme wenden... Ich bin völlig verwirrt... So... Rein hier... Versuchen wir unser Glück mal... Ach nee... Ich wollte ja eigentlich... Genau hier... Okay so was... Aha... Hat geklappt... Und dann zoomen wir das Loch mal... Achso das hatten wir schon... Okay... It's dark inside... All this blood around the hole... Was someone hurt here? Blut? Echt? Ah ja... Oh... Oh... Ja... Ähm... Ähm... Ja... Ich frage mich gerade ob es eine gute Idee ist hier rein zu fassen... Aber ich glaube wir können auch gar nichts anderes machen... Okay... Okay... Susan... Ich frage mich... Ah... 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 Ahh... Ich frage mich... Was zu? Ich will hier raus, ich will hier raus. Oh. Wow. Oh. Habe ich die falsche Entscheidung getroffen oder ist das normal? Jesus Christ. Jesus Christ. Oh. What the hell? Was? Was? Ehh. Okay, ich schätze jetzt mal, das war nur so eine Art Prolog. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal Schluss. Und ja, als Resümee, ganz ehrlich, da überlasse ich euch euren eigenen Gedanken. What the fuck? Ja, wir sehen uns wieder das nächste Mal bei einem Let's Play, Let's Play Along oder was auch immer. Ich verabschiede mich ins Wochenende und wir hören, lesen, sehen uns die nächsten Tage wieder. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Und nein, da spielen wir jetzt nicht mehr.